Hubertus Heil sagt, Rente mit 63 wird nicht abgeschafft. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ja nun haben wir es doch endlich von höchster Stelle gehört, die Rente mit 63 wird nicht abgeschafft. Das heißt also weder die Altersrente für langjährig versicherte mit Vollendung des 63. Lebensjahres oder Abvollendung des 63. Lebensjahres und die Altersrente für besonders langjährig versicherte in der Fassung vom 1.7.2014 wird abgeschafft. Wir haben es von höchster Stelle, Hubertus Heil will damit Klarheit schaffen. Ein bisschen verursacht hat es ja die ganze Diskussion, die SPD durch diese kryptischen Äußerungen vom Bundeskanzler Scholz zum Thema Frühverrentungswelle. Also meine Damen und Herren, bitte keine Sorgen haben. Rente mit 63 wird nicht abgeschafft. Ich wünsche eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt